Bisher habe ich meine Copics immer in dieser alten Milchkanne aufbewahrt, aber damit ist jetzt Schluss und wie und wo ich sie jetzt aufbewahre, das zeige ich euch. Herzlich willkommen zu meiner Farbexplosion. Das ist mein Beitrag für den Contest der Lim Semifim, der da hieß Farbexplosion. Ja, ich zeige euch mal jetzt erstmal meine Farbexplosion und zwar ist das eine Aufbewahrungsbox für meine Copics Stifte. So und jetzt zeige ich euch die noch mal im Einzelnen und zwar hier oben seht ihr diese wunderschöne Schleife, die habe ich euch letztens auch schon in einem Haul gezeigt. Die habe ich unterwegs gesehen und musste sie sofort kaufen, weil die mich sowas von erinnert hat an diese Farbexplosion. Ja, und da ist sie nun. So, ansonsten habe ich die Box oder den Deckel vielmehr noch verziert mit, ich nenne sie immer meine Die-Cuts. Das sind Stempelabdrücke, die ich mit den Copics ausgemalt habe, mit Klarlack überzogen habe, dann noch ausgeschnitten mit der Schere und das ist hier noch mit so einem Perlenmaker draufgesetzt. Ansonsten habe ich mir letztens mit meiner Silhouette Cameo diese süßen Schmetterlinge ausgeschnitten und die habe ich allerdings noch mit schön viel Glitzer bemalt und verziert. Ja, dann habe ich hier oben nochmal so eine Blüte, allerdings habe ich hier noch eine Glitzerblume draufgesetzt. Ansonsten gibt es noch Halbperlen. Hier noch einen weiteren Schmetterling, den ich auf diese Weise gemacht habe. Ich habe die Schmetterlinge auch nur so am Bauch, sage ich mal, angeklebt, damit man sie so ein bisschen 3D-mäßig aufpuffern kann. Und das ist eine ganz normale Blüte, die ich kaltgelb angemalt habe. Ja, am Rand gibt es noch ein paar Schmetterlinge mehr und noch ein paar Halbperlen, die sich da herumwinden. Und noch ein paar Blümchen hier, auch mit Glitzersteinchen verziert. Hier ist noch ein kleiner Schmetterling. Ja, und hier ist dann der letzte Schmetterling. Auch der ist mit den Copic-Stiften ausgemalt und ausgeschnitten. So, ansonsten kommen wir mal zur Box. Die Box habe ich auch, um beim Thema zu bleiben, verziert mit Stempelabdrücken, die ich mit Copic-Stifte ausgemalt habe und dann noch, wie ihr seht, auch es glitzert so schön, mit Klarlack überzogen habe. Ich finde, das ist eine ganz gute Sache. Das macht die unheimlich stabil und ja, rubbelt sich auch die Farbe dadurch nicht ab, also sehr haltbar. Und ich finde, es sieht doch noch ein bisschen besser aus. So, dann drehen wir mal die Kiste. Hier ist der nächste Stempelabdruck, der mit Copics ausgemalt wurde. Auch das ist ein Stempelabdruck. Und auch der kleine hier. Dann nochmal gedreht, gibt es hier nochmal einen Stempelabdruck, der mit Copics ausgemalt wurde. Und diese kleinen Cupcakes sind auch Stempelabdrücke mit Copics ausgemalt. Und die habe ich jetzt nicht mit Klarlack überzogen, sondern mit Glossy-Excent. Was ich auch sehr, sehr toll finde. Die sind dadurch irgendwie so ein bisschen dicker. Kann ich gar nicht so beschreiben. Aber natürlich, ja, für so große Stempelabdrücke kann man das Glossy-Excent, glaube ich, nicht so gut benutzen, weil es ist ja wohl so ein kleines Fläschchen. Ja, auch hier natürlich ein Stempelabdruck, der ausgemalt wurde und mit Klarlack überzogen wurde. Selbes System. Und noch ein kleiner 3D-Schmetterling. So, dann mache ich die Box mal kurz zu und zeige sie euch nochmal von außen. Das ist jetzt die Vorderseite der Box. Wie gesagt, hier mein Stempelabdruck, mein Dye-Cut nenne ich immer, mein Schmetterling. Und das sind die kleinen Blütchen, die habe ich letztens ja geschenkt bekommen. Die sind ganz, ganz filigran, total süß. Ich hole sie mal ein bisschen ran. Also super, super schön. Ja, und ansonsten habe ich jetzt hier einfach nur noch Papier, verschiedene Papiere aufgesetzt. Hier noch ein paar Glitzersteinchen. Ich wollte es dann auch nicht zu bunt haben. So ein bisschen in den Farben bin ich geblieben. Rosa, grün und gelb. Ja, hier ist nochmal Papier halt. Der Schmetterling. Erst hatte ich die ganze Box ja weiß angemalt, aber ich habe mich dann doch für gelb entschieden. Das passt ja einfach besser zu den ganzen Papieren und habe dann nochmal sozusagen die Box übermalt. Das ist die Rückseite. Auch hier habe ich gar nichts weiter drauf gesetzt. Ich wollte es dann, wie gesagt, nicht zu sehr übertreiben. Und nochmal diese Seite. So, jetzt habt ihr auch nur alle vier Seiten gesehen. Ja, das ist meine Farbexplosion, die als Aufbewahrungsbox für meine Copic-Stifte ist. Ja, die eine Aufbewahrungsbox für meine Copic-Stifte ist. Und das Gute ist, ich kann die Box auch hinlegen. Und zwar vorlieblich natürlich so rum. Und es bleibt auch zu. Dann, das finde ich nämlich besser, dann liegen die Copic-Stifte und die Farbe verteilt sich gleichmäßig im Stift und läuft nicht nach unten oder nach unten aus. Ja, das war meine Farbexplosion. Im Anschluss seht ihr jetzt noch ein bisschen zwischendurch, was ich zwischendurch mal gefilmt habe, wie ich angefangen habe mit der Box und so weiter und so fort, wie ich sie gebastelt habe. Viel Spaß dabei noch. Bis dann. Tschüss. Hallo, meine lieben Bastelfreunde. Das ist mein Beitrag für den Contest bei der lieben Sammy Fim. Dazu muss ich sagen, ich hatte eigentlich schon eine ganz tolle Idee. Ich habe die auch schon angefangen und die ist auch schon zur Hälfte fertig. Und dann gestern Abend, als ich mit meinen Hund Gassi ging, fiel mir was viel, viel, viel Besseres ein. Und das ist der Anfang dazu. Und wenn ihr gerne wissen wollt, was daraus noch wird, dann müsst ihr dranbleiben. Tschüss. Kurze Zwischenbilanz. Diese kleinen Rechtecke hier auszuschneiden mit einem Messer, also einem Cuttermesser, ist mehr als anstrengend. Aber ich hoffe, die Arbeit lohnt sich nachher. Das schwierigste Teil habe ich nun geschafft. Der Rest wird ein Kinderspiel. Ihr werdet sehen. Diese Teile werde ich jetzt mit meinem Buchbinder leimen und ganz normalen Papier erst mal miteinander verbinden und trocknen lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Schrüt. Mittlerweile ist das Wetter so schön, dass ich auf die Terrasse umgezogen bin. Jetzt möchte ich diesen Rahmen, den ich mir gebastelt habe, für die einzelnen Stifte noch mit so einem Klebeband umkleben, damit er ein bisschen stabiler wird. Und auch, ja, ist abwaschbar. Gut, ich werde ihn nicht abwaschen müssen, aber dadurch ist er natürlich nicht so schmutzempfindlich. Ja, das ist jetzt ein bisschen frickelig, aber weiter geht's. Jetzt habe ich erst mal die vier Seiten gebastelt und angebracht, die nachher runterfallen, wenn man den Deckel anhebt. Und zwar so. Und, ja, werde jetzt natürlich den Deckel dazu basteln. Und dann sehen wir uns also gleich wieder. Ja, wundert euch nicht über die Nebengeräusche. Ich sitze auf meiner Terrasse und rundherum sind die Leute auch in ihren Gärten. Also, bis denn, tschüss. So, jetzt ist ja erstmal soweit fertig, die Box. Jetzt wird sie gleich erstmal einmal komplett grundiert. Und so funktioniert sie erstmal. Zack. Und man kann sie auch relativ gut schließen, indem man das so gemacht. So, 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 zack. Die Box ist zu. So, so, ja, jetzt werde ich sie, wie gesagt, erstmal einmal komplett grundieren. Und dann noch ein wenig verzieren. Und hier müssen wir noch ein bisschen nachkleben. So, bis später. Es sind leider ein paar Tage vergangen. In den letzten paar Tagen hatte ich nicht so die Zeit zum Basteln. Ja, hier ist erstmal die fertige Box weiß angestrichen. Ähm, jetzt wird sie natürlich noch erst bunt gemacht. Im Moment ist sie ja noch so langweilig weiß. Aber ich wollte mal kurz einen Zwischenstand zeigen. Das ist, wie gesagt, jetzt die Box. So, die verschließt man dann auch, indem man einfach den Karton hier drüber stilgt. Und er passt eigentlich auch. Ja, und ja, das ist jetzt erstmal die bislang noch recht langweilige Explosionsbox für meine Stifte. Ja, wie es weitergeht, beziehungsweise wenn sie dann fertig ist, zeige ich es für euch natürlich noch. Bis danni! Bis danni! Und hier.